so also wie gesagt erst mal die eqcs abholen und dann mal gucken wie es weitergehen haben macht er ja kein kratzer rein 23 77 80 man sie zu dienst bin ja hallo den zweiten nur einmal zu hause sondern seine elektrozolle dranhängen aha weil die sind irgendwie leer stand wo zu lange gerade draußen das kann sein dann macht nichts vom namen her schon ja warum zu dem muss erzählen große klappe ja ziemlicher spaß eigentlich von mir der kerl ist sehr speziell ich mag den auch gar nicht alles gut dankeschön wo parke ich die denn hier ein dann mache ich das da nicht dass meine e 400 verschwindet ne wunderbar lecker schmecker da freue ich mich jetzt rüber dann viel spaß damit jo dunkel ne da ist du nur vor heute autos verkaufen ja läuft also keine e säule ist ja keine e säule hier alles e säule musst du rechts rausziehen ach so ja dann der liegt ja sogar am boden mensch ja ich habe den anderen schon mal voll also habe ich voll gemacht hoffentlich ja ich und ich stehen auch mal kurz her lecker schöne autos ich bin echt happy der ist richtig geil man da sieht richtig wild aus in deren aufsteck blaulicht hätte du dann wäre aber kasala in kavala so der könnte voll sein naja in etwa er geht ihr raus an die anderen das ist mir egal die können selber dann gehen so dann einmal einparken und einmal einparken ehrenwert vielen dank noch mal und wenn ich mehr brauche ich denke ich werde die tage noch mal ein paar bestellen dann dann melde ich mich noch alles klar mein lieber viel dank grüß mit dem wellenstein jomas jutsch ah 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 Ah, ah, ah